Ich rufe Tagesordnungspunkt 57 auf, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Neueste und Enthüllungen des NSU-Mordes in Kassel – Drucks. 19 – zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN und der FDP betreffend aufklärungsbedürftige Fragen im Zuge der Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses – Drucks. 19 – Vereinbarte Redezeit ist zehn Minuten. Als Erster spricht Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 15. September wurde im NSU-Untersuchungsausschuss die Zeugin Corinna Goertz auf Antrag von SPD, FDP und LINKEN als Zeugin geladen. Am Tag vorher gab es eine Pressemitteilung der CDU vom 14. September unter der Überschrift Rechtsextremen wird erneut im NSU-Untersuchungsausschuss eine Bühne geboten. Was sollte diese Zeugin zum wiederholten Malewirt rechtsextrem? – Eine Bühne geboten. – Ja, ja, die CDU hat das gesagt, einen Tag vorher. Leider hat sich bei der CDU eingespielt, dass man vor der Zeugenvernahme schon Bewertungen macht und sagt, das bringt alles nichts. Ich finde, ein Untersuchungsausschuss, der über drei Jahre tätig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat noch in fast jeder Sitzung Erkenntnisse gebracht, die uns vorher nicht bekannt waren. Bei diesem Thema, bei dem es um die Ermordung eines Mitbürgers ging, in der neunten Mordserie, ist auch jedes Detail wichtig. Deswegen kann man zukünftig Pressemitteilungen vor der Vernahme von Zeugen einfach einmal lassen. Auch das wäre eine Frage des guten Stils. Zur Zeugin selbst, sie war durchaus in Nordhessen in diesen Jahren in der Szene verwoben. Sie war aktiv unterwegs, war Lebensgefährtin eines bekennten Rechtsextremen, den wir auch schon im Untersuchungshaus hatten. Frau Görz stammte aus Thüringen, wo wir wissen, dass praktisch das NSU-Netzwerk erst entstanden ist. Sie war dort mit vielen Leuten zusammen. Neben Frau Görz war die bekannteste Person in Thüringen Frau Zschäpe. Frau Görz hat durchaus auch eine Schlüsselrolle in Kassel in Nordhessen mit weiteren Rechtsradikalen eingenommen. Es gab wohl auch Hinweise zu Herrn See, das war auch ein entsprechender V-Mann. Aus hessischer Sicht war es interessant, was der Bundestagsausschuss gesagt hat, ob man diesen Bereich untersuchen könne. Auch Herr See war im Ausschuss. Wir dürfen dazu nichts sagen, weil das in nicht öffentlicher Sitzung war. Aber auch das, dass eine bekannte Person, ist durchaus durch die Presse gegangen. Meine Damen und Herren, uns liegen also mehrere Informationen vor und im Ausschuss. Deswegen gab es diesen Beweisantrag, dass Frau Görz Ende der 90er Jahre eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir haben dann Frau Görz entsprechend vernommen. Ob das jetzt Zufall war, ob das nicht beabsichtigt war, lasse ich dahingestellt. Auf die Frage des Kollegen Bellino, ob Frau Görz das Internetcafé in Kassel kannte, sagte sie ja. Wir haben dann natürlich gemeinsam alle Nachgebote im Ausschuss nachgeboten. Sie war damals in offenem Vollzug in Baunatal. Sie hat auf Nachfragen erklärt, dass sie bewusst in dieses Internetcafé mehrfach gegangen sei im Jahre 2005. Die Frage, warum dieses Internetcafé sei ihr empfohlen worden, muss man wissen, wenn man die Örtlichkeit kennt, Baunatal, Straßenbahn, 40 Minuten Internetcafé. Auch im Jahre 2006 gab es auf dieser Strecke mehrere und viele Internetcafés, die man hätte besuchen können. Sie hat dann nicht weiter auf die Fragen geantwortet, warum ausgerechnet dieses Kaffee. Sie hätte jetzt von Mitgefangenen und von anderen gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit das einmal deutlich wird, jetzt kann es möglicherweise Zufall sein, dass Frau Görz, eine Zeugin aus dem rechtsextremen Bereich, zufällig mehrfach in diesem Internetcafé war, bis Ende 2005, wo am 6. April 2006 Halit Yozgat ermordet wurde. Das kann Zufall sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir glauben aber langsam nicht mehr an Zufälle im Zusammenhang mit dieser grausamen Mordserie. Man muss wissen, dass auch bei den Rechtsterroristen, die sich dann entweder selber umgebracht haben oder anderweitig zu Tode kamen – ich will es einmal bewusst offen formulieren, weil das nicht abschließend geklärt ist –, wurde eine Skizze dieses Internetcafés in Kassel gefunden. Auch das kann man natürlich fragen. Zufall? Aber wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Zufälle, innerhalb so kurzer Abstände, das macht einen schon mehr als stutzig. Ich will hinzufügen auch ein anderer Zeuge. Am 15.09. ein Polizeibeamter aus München, der sich im Jahr 2008 noch einmal die ganzen Dinge, Telefongespräche und die Abläufe im Internetcafé angeschaut hat, hat klar erklärt, Herr Temme hätte etwas sehen müssen, an diesem 6. April 2006. Er war fast zur Tatzeit am Tatort. Er wollte angeblich nichts mitbekommen, dass jemand ermordet ist. Auch dieser Kriminalbeamte hat wie andere klar gesagt, nach seiner Auffassung hätte Herr Temme etwas erkennen müssen, etwas sehen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da stellt sich die Frage, war das alles Zufall? Herr Temme, wir haben das im Ausschuss auch vorgeworden, wir glauben Herrn Temme nicht. Deswegen reden wir über sehr viele Zufälle und Zufälligkeiten. Deswegen ist dieser Sachverhalt, der Mord an Halit Yozgat in Kassel, nach wie vor nicht aufgeklärt. Ich denke, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, in diesem Untersuchungsausschuss alles daran zu setzen, um diese schreckliche Mordtat, die neunte Mordserie, einer bundesweiten Mordserie, endlich aufzuklären. Da müssen alle ihren Beitrag dazu leisten. Das, was Frau Görz im Untersuchungsausschuss erzählt hat, macht uns hellhörig. Deswegen ist es leider auch sehr schade, Herr Kollege Belliniu, dass Sie einen Tag später erneut eine Pressemitteilung herausgegeben haben. Um 16.24 Uhr lief übrigens die Vernehmung der Zeuge, und nur noch rechtsextremen, wurde im NSU-Untersuchungsausschuss heute leider erneut eine Bühne geboten. Unsere Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Mit der Befragung der Zeugin G. aus der rechtsextremen Szene, die wegen nicht szenebezogener Taten damals eine Haftstrafe erbrachte, wurde die im Rechtsextremen zum wiederholten Mal und in besonderer Weise eine Bühne im NSU-Untersuchungsausschuss geboten. Die Opposition hätte auf die Vorladung verzichten sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Pressemitteilung von Herrn Bellini, die Sie vorher abgesetzt haben, das ist Ihr Problem. Da müssen Sie wenigstens die Vernehmung abwarten. Sie tun so, als wenn die Zeugin nichts gesagt hätte. Das ist eigentlich ein Vorgang, der in gar keiner Weise akzeptabel ist. Zweitens. Sie ist hier. Sie haben natürlich Ihren Pressesprecher beauftragt, das schnell von der Homepage zu nehmen. Sie ist trotzdem da. Diese Pressemitteilung findet man nicht mehr auf Ihrer Homepage. Das ist Ihnen möglicherweise unangenehm. Das muss es auch sein. Ich finde noch einmal, wir haben jetzt einen gemeinsamen Antrag initiiert, den ich richtig und gut finde. Da gibt es Handlungsbedarf. Wir sind auch keine Ermittlungsbehörde, dieser Landtag. Das haben wir alle gesagt. Deswegen bitten wir auch nur, dass die Ermittlungsbehörden jetzt tätig werden können. So ist es auch auf Anregung des Kollegen Hahn formuliert, was wir ausdrücklich unterstreichen. Aber ich finde, hier besteht dringender Handlungsbedarf. Der GBA hat sich wohl schon gemeldet. Deswegen bitten wir auch die Landesregierung, alle erforderlichen Unterlagen dem Generalbundesanwalt zur Verfügung zu stellen, weil wir es schon für notwendig erachten, dass weiterer Aufklärungsbedarf besteht. Die eine Mitzeugin von Frau Görz muss vernommen werden. Es müssen möglicherweise auch andere Personen in dem Umfeld vernommen werden, weil das alles offene Fragen sind. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist diese Mordserie immer noch nicht aufgeklärt. Auch wenn jetzt in München irgendwann vor dem Oberlandesgericht ein Urteil gesprochen wird, bleibt die Aufklärung des Mords in Kassel immer noch eine besonders verwerfliche Tat. Ich glaube, da sind wir insbesondere auch der Familie schuldig, dass wir alles Menschenmögliche tun, um das aufzuklären. Deswegen bin ich einerseits froh, dass wir heute diesen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen. Wir beantragen auch die Abstimmung über diesen Antrag. Gleichzeitig ziehen wir unseren Antrag Tagesordnungspunkt 57 zurück. Er ist in diesen Antrag mit aufgegangen. Das ist dann konsequent und auch folgerichtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist es wichtig, dass wir heute als Hessischer Landtag ein klares Signal senden. Auch drei Jahre nach Beginn dieses Untersuchungsausschusses gibt es noch jede Menge offene Fragen. Drei Jahre nach Beginn dieses Untersuchungsausschusses müssen wir auch weitere Zeugen vernehmen. Drei Jahre nach Beginn dieses Untersuchungsausschusses sollten wir uns vielleicht – vielleicht gelingt es uns ja – zum Ende der Wahlperiode auf ein gemeinsames Verfahren verständigen, wie wir diesen Untersuchungsausschuss vernünftig zu Ende bringen können. Ich glaube, da haben die Angehörigen auch ein Anrecht darauf, aber auch die Öffentlichkeit, aber auch wir gemeinsam. Deswegen lassen wir zukünftig Presseerklärungen vor Zeugenvernahmen und machen eine vorweggenommene Beurteilung, sondern noch in jeder Sitzung ist irgendein interessantes Detail herausgekommen, was wir in stundenlangen Vernehmungen erzielt haben. Auch das, finde ich, ist Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die seit mehr als drei Jahren diese Arbeit im Untersuchungsausschuss machen. Das gilt auch für die Mitarbeiterinnen der Landtagsverwaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht dient heute dieser Antrag auch dazu, dass wir an dieser Stelle ein Stück weiterkommen. Vielleicht gelingt es uns ja auch, einen gemeinsamen Abschlussbericht auf den Weg zu bringen. Das, was in allen anderen deutschen Landtagen, was im Deutschen Bundestag möglich war, dass ich alle Fraktionen von der LINKEN über SPD, FDP, GRÜNEN und CDU gemeinsam verständigt habe, einen Sachverhalt zu bewerten, das meine ich, steht auch dem Hessischen Landtag gut an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen bricht sich auch keiner den Zacken aus der Krone, wenn wir eingestehen, dass Fehler gemacht worden sind. Ja, das ist relativ unstrittig. Hier geht es auch nicht darum, Dinge zu vertuschen oder Leute reinzuwaschen. Aber wir haben die Pflicht und die Schuldigkeit, alles aufzuklären. Deswegen schauen wir einmal, ob dieser Antrag die Initiative ist, dass dieser Ausschuss seine Arbeit ordentlich beenden kann. Denn da haben wir eine Verpflichtung, rechtsstaatlich tätig zu werden. Das muss auch eine Konsequenz aus den Morden sein. Eine solche Mordserie darf nie mehr wieder in Deutschland passieren. Wir haben alle die Verantwortung, dass die Behörden so aufgestellt sind, dass das verhindert wird. Hier sind viele Fragen offen, die müssen geklärt werden. Deswegen bitten wir um Zustimmung zu diesem gemeinsamen Antrag. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Frömmelrich, Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Sachverhalt und wenn wir über die Frage der Aufklärung dieser schlimmen Morde des NSU reden, dass wir im Hessischen Landtag eher die Gemeinsamkeiten betonen als das Trennende, da würde ich mir mehr Gemeinsamkeiten und das Betonen dieser Gemeinsamkeiten wünschen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir am Ende dieses Prozesses einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN und der FDP hinbekommen haben. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist. Kollege Rudolph hat das vorhin auch anklingen lassen. Ich glaube, dass es unsere gemeinsame Verpflichtung ist, aus den Morden heraus, auch im Sinne der Aufklärung, auch das, was wir den Opfern und den Hinterbliebenen schuldig sind, dass wir diesen Sachverhalt lückenlos aufklären, so gut wie das der Hessische Landtag machen kann. Das sollte unsere Aufgabe sein, und daran sollten wir gemeinsam daran arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN Ich will vielleicht auch noch einmal etwas sagen, was vielleicht manchmal auch aus dem Blick gerät, aber man sollte das betonen. Der Ausschuss ist doch erst einmal vom Hessischen Landtag eingerichtet worden, um diese Sachverhalte aufzuklären. Jetzt klären wir auf. Jetzt sind wir in der Aufklärung dieses Prozesses. Dazu haben wir eine Fülle von Akten. Dazu vernehmen wir eine Fülle von Zeugen. Dann werden wir uns hinsetzen und am Ende dieses Prozesses, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ergebnisse bewerten, und nicht zwischendurch und am Anfang. Vielleicht sollten wir uns alle daran halten, dass die Bewertung dieser Sachverhalte am Ende dieses Untersuchungsausschusses stattfindet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN Worum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir sprechen gerade über neue Hinweise, die der NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags in seiner Sitzung am 15. September gewonnen hat. Die Zeugin Corinna G. hat vor dem Ausschuss auf Befragen des Kollegen Bellino erklärt, dass sie während des offenen Vollzugs in der JVA Baunatal mehrfach das Internetcafé von Halit Josgat in der holländischen Straße in Kassel besucht hat. Sie hat weiterhin erklärt, dass eine Mitinhaftierte ihr dieses Internetcafé empfohlen hat. Das ist in der Tat eine neue Information. Die hatten wir vorher nicht. Das war bisher nicht bekannt. Also sind wir als Untersuchungsausschuss doch jetzt in der Pflicht, diesen Hinweisen nachzugehen und alles zu unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, um diesen Sachverhalt aufzuklären. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist im Übrigen Auftrag dieses Untersuchungsausschusses. Der Landtag hat uns bei seiner Einsetzung den Auftrag gegeben, umfassend aufzuklären. Dazu gehört natürlich, dass wir neuen Erkenntnissen nachgehen und dass wir neue Erkenntnisse an die zuständigen Ermittlungsbehörden weitergeben. Der Ausschussvorsitzende hat das mit Schreiben vom 21.09.2017 auch schon getan, nachdem der Generalbundesanwalt über den Wiesbadener Kurier erklärt hat, dass er auf neue Informationen des Hessischen Untersuchungsausschusses wartet, um diese zu sichten und zu bewerten. Ich will aus dem Schreiben des Kollegen Honka an die Staatsanwaltschaft zitieren. Frau Görz will durch eine Mitgefangene namens Sonja auf das Internetcafé aufmerksam gemacht worden sein. Diese Mitgefangene habe sie bei dem Besuch begleitet. Der Ausschuss beabsichtigt, die ehemalige Gefangene namens Sonja G. zu vernehmen, und hat die Landesregierung gebeten, deren Anschrift im Wege der Amtshilfe zu ermitteln. Noch einmal. Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären. Deshalb kann es doch nicht wirklich einen Streit darüber geben, den neuen Erkenntnissen aus der Zeugenvernehmung sehr sorgfältig nachzugehen und die zuständigen Ermittlungsbehörden über diese Erkenntnisse zu informieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich muss weiterhin untersucht werden, ob der NSU bei der Vorbereitung des Mordes an Heile Diosgat möglicherweise von Mitgliedern der rechtsradikalen Szene in Nordhessen oder in Thüringen unterstützt worden ist. Der Ausschuss beschäftigt sich gerade bei vielen Zeugenbefragungen mit der Vernetzung der rechtsradikalen Szene. Wir fragen immer nach der Zusammenarbeit der Rechtsradikalen aus Thüringen, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Es ist in allen Zeugenvernehmungen immer so, wenn wir es mit solchen Personen zu tun haben, dass nach der Hooligan-Szene gefragt wird, dass danach die Vernetzung mit den Fußballfans der Hooligan-Szene in Dortmund gefragt wird, mit der Rocker-Szene in Kassel, ob es Bezüge zum Braunenhaus in Jena gab, da, wo sich die Mitglieder des NSU getroffen haben, ob es Bezüge zum Reichshof gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Fragen werden doch immer wieder gestellt. Deswegen glaube ich, dass wir diesem Prozess nachgehen sollten und dass wir diese Fragen auch aufklären müssen. Das ist am Ende Auftrag dieses Untersuchungsausschusses, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich werden wir Akten und Protokolle den zuständigen Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen, um die Sachverhalte aufzuklären. Auch darüber sollte meiner Meinung nach kein Streit entstehen. Der Ausschussvorsitzende hat dies gegenüber dem Generalbundesanwalt auch schon erklärt. Ich zitiere noch einmal aus dem Schreiben des Vorsitzenden. Das Vernehmungsprotokoll werden wir Ihnen umgehend nach Fertigstellung zusenden. Vorab erhalten Sie einen Protokollauszug des nicht öffentlichen Teils der Sitzung, aus dem sich die Erörterung der Verfahrensfragen ergibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind da schon dran. Es wird alles unternommen, damit die Informationen weitergegeben werden. Natürlich ist es auch so, das haben wir im gemeinsamen Antrag hinterlegt, dass, wenn es weitere Erkenntnisse gibt, und wenn es Aktenbestände gibt, die der Generalbundesanwalt für seine Aufklärungsarbeit braucht, dann werden diese Aktenbestände natürlich auch von der Landesregierung zur Verfügung gestellt. Auch darüber, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann es doch im Ernst keinen Streit geben. Natürlich werden wir die ehemalige Mitgefangene von Corinna G., eine gewisse Sonja, als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss, laden. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit, über die es gar keinen Streit geben soll. Wir haben gestern schon zusammengesessen mit den Obleuten des Untersuchungsausschusses und uns über diese Frage ausgetauscht. Der Ausschussvorsitzende hat die Landesregierung schon gebeten, die Anschrift im Wege der Amtshilfe zu ermitteln. Eine wichtige Frage ist doch immer noch, ob es neben den Angeklagten im NSU-Prozess in München weitere Unterstützer gegeben hat. Ob es vielleicht eine Unterstützerszene gegeben hat. Im Mord an Halit Yozgat stellt sich die Frage, ob Dritte für oder sogar im Auftrag von Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe den Tatort ausgekundschaftet haben oder jedenfalls Hinweise gegeben haben. Diese Fragen haben wir doch sicherlich schon alle für die Zeugenvernehmung auf unserem Zettel. Das werden wir alles im Untersuchungsausschuss nachzufragen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss aber auch klar sein, das will ich am Ende betonen, dass wir einen Untersuchungsauftrag des Hessischen Landtags übertragen bekommen haben. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den NSU oder das Unterstützungsumfeld liegen allein in der Hand des Generalbundesanwaltes. Deshalb ist es wichtig, dass alle neuen Informationen auch dahin weitergeleitet werden. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, das betonen wir immer wieder, ist kein Ausschuss wie jeder andere. Diesem Anspruch sollten wir auch weiterhin gerecht werden und unsere Arbeit intensiv, sachorientiert und sehr konzentriert fortsetzen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf der Besuchertribüne Pfarrer Treves, den Pfarrer der Zirkus- und Schaustellerseelsorge, der heute Morgen die Andacht im Landtag gehalten hat. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU und der SPD Kolleginnen und Kollegen, nächster Redner ist Kollege Hahn, Fraktion der FDP. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Freitag, also am 15. September, ist im Untersuchungsausschuss etwas passiert, das wir alle noch nicht so richtig bewerten können. Es könnte sein, es ist eine Bombe geplatzt. Es könnte auch sein, es ist falscher Alarm. Das ist schon ein weites Feld, das ich da gerade aufgezogen habe. Auf der einen Seite könnte es zur Aufklärung der Mordserie behilflich gewesen sein. Auf der anderen Seite, wir reden uns über etwas auf, was eine Nebensächlichkeit ist. Aber das müssen wir herausfinden. Genau das müssen wir herausfinden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass schon zum Ende der Ausschusssitzung am 15. September die Obleute zusammengesprochen haben, teilweise alle gemeinsam, teilweise in Grüppchen und gesagt haben, da müssen wir dranbleiben. Es kann sein, dass hier etwas ganz Besonderes ausgesagt worden ist. Wie kommen wir daran? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Weg gefunden. Diesen Weg haben wir gestern, Kollege Frömmrich hat darauf hingewiesen, in einem Obleute-Gespräch auch schon in Bahnen gelenkt. Ich unterstelle, dass die notwendigen Beschlüsse in einer Sondersitzung des Untersuchungsausschusses am morgigen Mittag getroffen werden. Mich belastet auch gerade zu meiner Zeit als Justizminister, Sie wissen, dass ich für die Landesregierung der Erste gewesen bin, der in Kassel war und mich dafür entschuldigt habe, dass wir als Politik, die Behörden nicht in der Lage waren, Halles Yozgat das Leben zu schützen. Das haben wir nicht geschafft. Dafür haben wir uns aber auch alle, jeder in seiner Rolle, dazu bekannt entschuldigt. Eine Teilmenge, die mich immer wieder zum Grünen bringt, ist die Frage, wer hat eigentlich wie die jeweiligen Tatorte vorbereitet. Wie und wer hat eigentlich bestimmt, welcher der nächste Tatort ist? Wie und wer hat eigentlich den Tätern, das wissen wir heute, wer das ist, zur Seite gestanden oder auch nicht? Ist es alles zufällig, was da passiert ist? Oder auch nicht? Nun haben wir immerhin, war die Hauptangeklagte in dem ORG-Verfahren in München nicht clever genug, eine Tatortskizze von Kassel in den Akten, nicht wie im Untersuchungsausschuss, sondern in den Strafakten beim ORG in München. Vielleicht haben wir sie sogar auch in unseren Akten. Es ist für mich etwas unübersichtlich geworden, diese Kilometer von Leitsordnern, ob das drin ist oder nicht. Das ist aber auch vollkommen nebensächlich. Jedenfalls gibt es in den Akten eine Tatortskizze von Kassel, und die ist gar nicht so schlecht. Jetzt kommt das, was uns dazu veranlasst, überhaupt mit Ihnen heute zu diskutieren. Jetzt könnte ja sein, dass die Zeugin G. diese Skizze gefertigt hat. Es könnte sein. Wir haben sie auch ein bisschen versucht, unter korrekter Auslegung der Spielregeln, die wir im Untersuchungsausschuss zu beachten haben. Das sind keine Spielregeln, sondern die staatlichen Regeln, sie dazu bewegen, eine Skizze zu fertigen. Sie hat leider dieses nicht vorgenommen. Deshalb müssen wir jetzt weiter suchen. War es wirklich zufällig gewesen, dass die Freigängerinnen aus Baunatal sich ihre Telefonkarten in dem Café Irskat kaufen? Auch das kann ja sein. Aber es muss nicht sein. Es kann doch ganz anders sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir jetzt noch einmal eine neue Runde zu drehen. Möglicherweise kann der Untersuchungsausschuss da auch im Bereich der Vorbereitung der Tatorte und hier die Vorbereitung des Tatortes in Kassel weitere Erklärungen an das Licht der Öffentlichkeit bringen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb haben wir auch darum gebeten, dass die Anträge geändert werden, die gestern im Laufe des Tages unterwegs waren. Gerade wir als Mitglieder des Hessischen Landtags sollten uns an die Gewaltenteilung halten. Das haben wir mit dem letzten Satz zusammen herausgefunden, wie man das am besten formuliert. Es ist halt so, dass der Untersuchungsausschuss kein Strafverfolgungsorgan ist. Das Strafverfolgungsorgan, und Kollege Frömmrich hat es eben auch noch einmal deutlich gesagt, auch schon Kollege Rudolph, ist der Generalbundesanwalt, die Behörde des Generalbundesanwalts. Sie können sich daran erinnern, dass wenige Tage nach der Selbstenttarnung der NSU, Anfang November 2011 war das, dass der damalige Generalbundesanwalt Range das Verfahren an sich gezogen hat. Seit der Zeit ist diese Behörde der Herr des Verfahrens. Entsprechende Ermittlungsarbeiten stehen uns nicht zu, sondern stehen ihm zu. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich alles, was wir schon ermittelt haben oder was wir schon als Erkenntnis hatten, dem Generalbundesanwalt zur Verfügung stellen. Ich gebe hier zu Protokoll. Ich finde es etwas eigenartig, dass der Generalbundesanwalt zunächst mit uns über die Presse kommuniziert hat. Das hat mit der Gewaltenteilung auch nichts zu tun, sondern es ist ein sehr unüblicher Weg, um es höflich auszudrücken, damit ich nicht von der Präsidentin getadelt werden muss. Jetzt haben wir es vor uns. Wir hoffen, dass wir noch eine der ehemaligen Kolleginnen aus dem offenen Vollzug identifizieren können. Aber auch hier, liebe Landtagskolleginnen und Kollegen, wieder der Hinweis, es gibt ein Datenschutzrecht. Manche von uns hatten sich vorgestellt, wir machen jetzt Schnipp, und das Justizministerium wird uns schnapp den Namen der Dame benennen. Das darf das Justizministerium nicht, weil es daran gehindert ist. Also müssen wir versuchen, andere Wege zu finden. Vielleicht finden wir einen. Vielleicht erinnert sich auch die Dame G. wieder daran, wie Ihre Kollegin mit Nachnamen heißt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind einen Schritt weiter, ohne zu wissen, ob es ein großer oder kleiner Schritt ist. Aber trotzdem werden wir diese Schritte gehen. Kollege Bellino sei Dank, dass er sicherlich aus dem Off heraus die Frage gestellt hat, waren Sie denn schon einmal in diesem Café gewesen, ja oder nein. – Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte nicht der Versuchung erliegen, den moderaten Angriffen des Kollegen Rudolph allzu viel Redezeit zu opfern. Ich darf zwei Dinge zu Protokoll feststellen. Zum einen kann man in der Tat unterschiedlicher Auffassung sein, wie man mit Rechtsextremen umgeht, wenn es gilt, sie im Untersuchungsausschuss zu befragen. In öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung haben wir eine andere Auffassung als Sie. Wir wissen aber auch – das gehört auch zur Wahrheit dazu –, dass wir schon einen Fall hatten, wo wir die Befragung abgebrochen haben, weil die Selbstdarstellung damals so unterirdisch war. Wir haben dann sogar Aussagen, die dieser Zeuge gefertigt hat, der Staatsanwaltschaft übergeben müssen. Das Zweite ist die Frage der Pressemitteilung. Es sei mir der Hinweis gestattet. Als wir als CDU endlich eine Pressemitteilung versendet haben, hatte die SPD schon drei an diesem Tag versendet. Insofern stand es zu diesem Zeitpunkt 3 zu 0. Während der Sitzung haben Sie drei Meldungen versendet. Dann dachten wir, jetzt müssen wir endlich zu Wort kommen. Aber geschenkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich nach stundenlanger und gemeinsamer Befragung der Zeugin Götz die Frage, kennen Sie das Internetcafé in der holländischen Straße, bzw. waren Sie schon einmal da, stellte, konnte man nicht unbedingt von einer bejahenden Antwort ausgehen. Sie kam aber, und manch einer war überrascht. Obwohl die Frage nach den Ausführungen der Zeugen JVA Kassel, Baunatal, Freigang und anderes auf der Hand lag, war die Antwort zunächst überraschend. Ich fragte dann bewusst weiter. Wir konnten erfahren, dass die Zeugin vor ihrer Haftentlassung bis zu dreimal in diesem Café gewesen sein will. Sie aussagte, im Dezember 2005 sicher nicht mehr da gewesen zu sein, und machte diese Erinnerung an die Haftentlassung ihrer Bekannten fest. Da sie den Tipp, genau dieses Café aufzusuchen, warum und wofür auch immer, von einer Mitgefangenen bekam, wann ihr im Café nichts Besonderes aufhiel. Ich fragte bewusst, unter anderem nach der Nationalität der Kunden und nach der Nationalität der Besitzer, dass die Zeugin danach das Café nach eigener Aussage nicht mehr aufsuchte, da sie nach der Entlassung ihrer Bekannten privat surfen konnte, und sie weder die Besitzer noch Herrn Temme noch Benjamin G. kannte oder kenne. Dies waren die Antworten, die wir durch die Befragung erfuhren. Diese durchaus überraschende Zeugenaussage ergab sich zunächst einmal nicht aus den derzeitigen Erkenntnissen aus ca. 2.000 Aktenordnern noch aus den bisherigen Aussagen von ca. 100 Zeugen. Ob und wenn ja, wie glaubwürdig diese Antworten sind, beurteile jeder für sich. Für uns sind diese Antworten in jedem Fall sofort ein Ansatz gewesen, sich erneut mit der Frage der Opferauswahl der sogenannten NSU auseinanderzusetzen. Ein oder andere Vorredner hat in der Tat darauf schon Bezug genommen. Warum oder wie wurden die Opfer die Tatorte ausgewählt? Da war es uns wichtig, dem Generalbundesanwalt diese Aussage schnellstmöglich zur Kenntnis zu geben. Dies war und ist unsere Meinung. Deshalb begrüßen wir auch, dass der Vorsitzende Hartmut Honka die Kenntnisnahme umgehend in die Wege geleitet hat. Genauso wichtig ist uns, Name und Wohnort der Mitgefangenen Sonja X zu erfahren. Wir wollen unter anderem wissen, wie oft und wann Götz mit ihr oder alleine in diesem Café war und vor allem, warum man gerade in dieses Internetcafé fuhr. Warum? Wir wollen alles uns Mögliche tun, die Hintergründe, die Tatmotive zu eruieren, und wir wollen jeder Spur nachgehen. Sollte hier ausgespäht werden, wie es manche vermuten, galt das Café als ein Tipp für die Anbahnung von Drogengeschäften, wie eine 2005 geschaltete Telefonüberwachung und die dort gewonnenen Erkenntnisse vermuten lassen, wobei auch an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass sich weder diese sogenannte TKÜ-Maßnahme noch die Strafverfahren, die daraufhin zu Recht eingeleitet wurden, gegen die Familie Josgat gerichtet haben. Oder war das Aufsuchen genau dieses Internetcafés Zufall? Für uns steht aber fest, dass durchsichtige Verschwörungstheorien, voreilige Schlussfolgerungen oder gar Vorverurteilungen gab und gibt es für uns nicht, auch nicht in diesem Fall. Zurück zu unserer konkreten Befragung. Wir können und müssen alle Aspekte erfragen, die zu einer möglichen Aufklärung beitragen oder Ermittlungen anstoßen können. Wenn sich dann hinreichende Anhaltspunkte ergeben, ein Strafverfahren einzuleiten – darauf hat der Kollege Hahn eben hingewiesen –, sollten wir dies den Staatsanwaltschaften bzw. in diesem Fall dem Generalstaatsanwalt überlassen. Auch wenn diese angestoßenen Ermittlungen für die Aufklärungsarbeit wichtig sein können, heißt dies nicht automatisch, dass sie uns bei dem konkreten Auftrag, nämlich das Verhalten der Sicherheitsbehörden zu überprüfen, tatsächlich weiterbringen. Lassen Sie mich zum Schluss aber auch sagen. Wir hatten – besonders zu Beginn der Ausschussarbeit – häufig Streit. Meistens ging es um formale Punkte, teilweise auch heute noch. In der sachlichen Arbeit befassten wir uns aber – mitunter aus verschiedenen Blickwinkeln beobachtend – intensiv und seriös mit der selbstgestellten Aufgabenstellung. Daher möchte ich auch an dieser Stelle den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle und den Landesbehörden für ihre Unterstützung danken. Konkret, der Untersuchungsausschuss leistet mit seinen etwa 2.000 beigezogenen Akten und über 100 Zeugenaussagen die akribischste Aufklärungsarbeit, die es in Hessen je gab. Auch kein anderer Untersuchungsausschuss in Deutschland hat sich so detailliert mit dem Mord der sogenannten NSU beschäftigt wie wir. Dies, obwohl es in anderen Bundesländern und in der Republik sowieso mehr Taten zu untersuchen gab als Gott sei Dank oder glücklicherweise bei uns. Dadurch wurden öffentlich diskutierte Sachverhalte seriös bearbeitet. Dies führte auch dazu, dass Verschwörungstheorien der Nährboden entzogen werden konnten. Wir sind bisher jedem Ansatz, Vorwurf oder Vermutung nachgegangen und werden das auch in diesem Fall tun. Dies ist meines Erachtens bedeutsamer als mancher formaler Streit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In seiner letzten Ausschusssitzung hat der NSU-Untersuchungsausschuss eine weitere wichtige Erkenntnis gewonnen. Die Neonazistin Corinna Goertz war in den Monaten vor dem NSU-Ort an Halid Yozgat mehrfach in dessen Internetcafé, der dann zum Tatort wurde. Dass ausgerechnet diese Frau mehrfach am Tatort war, wirft viele Fragen auf. Es ist nämlich eine bis heute völlig ungeklärte Frage, wie der NSU seine Opfer und Tatorte auswählte. Klar ist, das Internetcafé beim NSU-Mord in Kassel wurde ausgespäht. Denn beim NSU wurden Skizzen und Stadtpläne mit Zielen gefunden. Aber ausgespäht von wem und warum? Auch im NSU-Ausschuss des Bundestages gingen alle Parteien davon aus, dass der NSU Helfer vor Ort hatte. Frau Goertz ist im thüringischen Bad Frankenhausen geboren und aufgewachsen, dem Ort, an dem Uwe Mundlos seinen Wehrdienst ableistete, als sie dort wohnte. Sie war Teil der rechtsradikalen und militanten Szene. Sie wurde 1994 in einer polizeilichen Bildermappe rechtsextremer Gewalttäter als einzige Frau neben Beate Zschäpe aufgeführt. Von Thüringen ging sie nach Detmold, wo sie im Schulungszentrum der Nationalsozialistischen Front von Meinolf Schönborn lebte. Schönborn war dadurch bekannt, dass er in den 90er-Jahren paramilitärische nationale Einsatzkommandos aufbauen wollte. Von Nordrhein-Westfalen führte er Weg nach Kassel, wo sie sich in der FAP engagierte, die ebenfalls wie die Nationalistische Front als Nazi-Organisationen zu Recht verboten wurden. Ihr Freundeskreis liest sich wie das Who and Who der rechtsterroristischen Szene der späten 90er- oder 2000er-Jahre. Regelmäßig war sie bei dem niedersächsischen Neonazi Thorsten Heise zu Gast. Neonazi Kai Diesner, der 1997 mit einer Pumpgun einen Anschlag auf einen linken Buchhändler verübte und auf der Flucht einen Polizisten erschoss, kannte sie auch persönlich. Während ihrer Haftzeit hatte sie Briefkontakt mit Martin Wiese, der wegen eines geplanten Anschlags auf das jüdische Zentrum in München und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Haft saß. Sie hatte Kontakt ins rechtsradikale Blood and Honor-Netzwerk, und schließlich war sie auch bekannt mit Thomas Richter und Michael See, also den Topspitzeln des Verfassungsschutzes unter dem Tarnnamen V.M. Corelli und V.M. Tarif. Die Akten dieser beiden V-Männer des Bundesamts für Verfassungsschutz waren unter den Akten, die direkt nach der Selbstenttarnung des NSU vom Verfassungsschutz geschreddert wurden. Dass diese Frau mit diesem Hintergrund als mögliche Mittäterin oder Mitwisserin des NSU infrage kommt, war den LINKEN bewusst, sodass wir durch zahlreiche Beweisanträge mit Unterstützung der SPD alle verfügbaren Akten dieser Frau Görz angefordert haben. Wir gemeinsam waren das, die SPD und wir. Doch die Akten von Frau Görz wurden angeblich bereits im Jahre 2009 im Hessischen Verfassungsschutz vernichtet. Das ist absolut nicht nachvollziehbar, meine Damen und Herren. Beifall bei der Abg. Janine Wissler und Vizepräsidentin Heike Habermann und Anhaltung des Bundesamts für Verfassungsschutz vernichtet werden, wenn entweder die Person zu Unrecht überhaupt erfasst wurde, also gar keine Rechtsextremistin ist oder seit zehn Jahren oder mehr nicht mehr rechtsextrem aktiv ist. Beides ist bei Frau Görz definitiv nicht der Fall. Auch im Jahr, in dem ihre Akten angeblich vernichtet wurden, taucht sie in polizeilichen Akten als Ansprechpartnerin bei massiv gewalttätigen Ausschreitungen während eines Nazi-Konzerts auf. Wieso also wurden diese Akten geschreddert, frage ich. Fragen wir doch den Hessischen Verfassungsschutz. Das ist der hessische Aktenvernichtungsskandal. Ich fordere deshalb von der Landesregierung, dass sie endlich eine stichhaltige Erklärung zur Vernichtung der Akten von Frau Görz im Jahre 2009 abgibt. Herr Minister, dazu möchte ich heute etwas hören. Ein weiterer spannender Aspekt zu dem, dass Frau Görz während ihrer Vernehmung im Untersuchungsausschuss nicht sagen wollte, ob sie für einen Geheimdienst gearbeitet hat oder Informationen geliefert hat. Sie hat sich dazu mehrmals auf ein nicht bestehendes Auskunftsverweigerungsrecht berufen. Diese Sache stinkt zum Himmel, und meine Fraktion wird weiter für schonungslose Aufklärung im NSU-Komplex kämpfen. Vielleicht fragen sich einige Zuschauer auf der Besuchertribüne, warum wir dann nicht auch als Antragsteller mit den anderen Fraktionen im vorliegenden gemeinsamen Antrag stehen. Leider wird es uns verwehrt, als Antragsteller in dieser Frage mit aufzutreten, weil laut Herrn Bellino die CDU niemals einen Antrag gemeinsam mit den LINKEN beschließen werde. Diese demokratiefeindliche Einstellung der CDU ist beschämend. Aber dass die anderen Fraktionen sich auf dieses Spiel einlassen, ist zumindest bei diesem Thema extrem daneben. Es ist DIE LINKE, die von Anfang an diesen Ausschuss vorangetrieben hat, während CDU, GRÜNE und FDP nicht einmal für dessen Einsetzung waren und sich nicht gerade als Aufklärer vortun. Wir werden dem Antrag dennoch zustimmen. Denn uns ist die Thematik wichtig für kleinkarierte, parteipolitische Spielchen wie Sie, Herr Bellino. Sie sollten sich schämen. Haben wir weder Zeit noch das entsprechende Bedürfnis, an dieser parteipolitischen Verbohrtheit festzuhalten? Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Im Übrigen will ich Sie daran erinnern, dass es schon Themen gibt, bei denen die CDU liebend gern einen Antrag gemeinsam mit den LINKEN machen wollte. Wenn es um Diätenerhöhungen geht, dann sind wir selbst Herrn Bellino und der CDU gut genug für einen gemeinsamen Antrag. Aber an diesem Punkt haben wir in der Tat eine andere Position. Beifall bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Das passt aber mit dem ganzen Umgang der CDU mit diesem Ausschuss. Schon in der Einsetzungsdebatte 2014 haben Sie gesagt, dass Sie nicht erwarten, dass der Untersuchungsausschuss irgendwelche neuen Erkenntnisse herausführen würde. Nach dieser Maxime haben Sie und Ihre Fraktion sich auch die letzten drei Jahre verhalten. Mit keinem einzigen Beweisantrag haben Sie Akten angefordert. Ihre Zeugenbefragung führen Sie erkennbar für alle, als ob Sie der Anwalt von Herrn Temme sind. Durch Ihre ständigen Pöbeleien versuchen Sie, Herr Bellino, den Ausschuss in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Ich zitiere aus Ihrer Presseerklärung zur Sitzung des NSU-Ausschusses, versendet am 15.09. um 16.22 Uhr, zu einer Zeit also, wo die Vernehmung von Frau Görz noch in vollem Gange war. Zitat Neue Erkenntnisse haben wir durch die Befragung nicht gewonnen. Schlimmer noch, neben der Verwendung wertvoller Ausschusszeit hat insbesondere die Obleute von SPD und LINKE versucht, systematisch in die Irre zu führen. Dadurch wurde Verfassungsfeinden nicht nur erneut, sondern in besonderer Weise eine mediale Plattform geboten. Herr Bellino, was ist das eigentlich für ein respektloser Umgang mit all denjenigen, denen die Aufklärung der NSU-Verbrechen am Herzen liegt, wenn Sie die Erlangung von Erkenntnissen schon vor dem Ende der Zeugenvernehmung mit Ihren vorgefertigten Textbausteinen immer wieder leugnen? Was ist das für ein respektloser Umgang mit dem Parlament, einen Untersuchungsausschuss nicht zur Mitarbeiter, sondern vorrangig zur Beschimpfung der Opposition zu missbrauchen? Auch diese immer wieder von Ihnen vorgebrachte Unterstellung, ausgerechnet wir, die LINKEN, würden im Ausschuss grundlos Nazis eine Bühne geben, sollte sich mit der Vernehmung von Frau Görz jetzt wohl endgültig erledigt haben. Auch uns macht es keinen Spaß, Nazi-Zeugen zu befragen. Es ist aber leider notwendig, wenn es um Hintermänner und Frauen des NSU geht, wenn es darum geht, mit welchem diese Neonazis der Verfassungsschutz zusammengearbeitet hat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im NSU-Prozess in München der Beweisauftrag sehr eng gefasst wurde und Beweisanträge beim Beleuchten der rechten Strukturen in den Tatortstätten reihenweise abgelehnt wurden, muss es doch gerade die Aufgabe dieses Ausschusses sein, die Szenen zu beleuchten und die Hintermänner und Frauen aus der Deckung zu holen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, in einer Zeit, in der leider wieder Nazis im Deutschen Bundestag sitzen und in der massenhaft rechte Straftaten und Gewalttaten begangen werden, ist es umso nötiger, gesellschaftspolitischen Widerstand zu leisten und auf ein konsequentes Vorgehen der Behörden zu investieren. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster hat Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich ausdrücklich für die in großen Teilen nachdenkliche Debatte zu diesen furchtbaren Taten des NSU. Ich will dazu sagen, bei einem allerdings hat die Art des Vortrages sozusagen schon zur Demaskierung seiner Motive geführt. Meine Damen und Herren, die strafrechtliche Aufbereitung oder Aufarbeitung der schrecklichen Taten des nationalsozialistischen Untergrunds findet grundsätzlich vor dem OLG München statt, die Aufarbeitung von möglichen Versäumnissen der Sicherheitsbehörden in der Zusammenarbeit und bei der Ermittlung der Täter in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen des Bundes und der Länder. Die Bewertung der Aussagen von Zeugen obliegt daher auch nicht dem Landtag, sondern dem Gremium oder Spruchkörper, vor dem Aussagen getätigt wurden – in diesem Fall dem Untersuchungsausschuss 1902 des Hessischen Landtags und den dort verantwortlichen Abgeordneten. Gleiches gilt für Schlussfolgerungen und Feststellungen, die sich aus Zeugenaussagen und vorgelegten Akten ergeben. Ich stimme den Fraktionsrednern von CDU, GRÜNEN und FDP hier ausdrücklich zu. Sollten Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss weiteren Ermittlungsbedarf erforderlich machen, ist es daher in erster Linie Aufgabe des Untersuchungsausschusses und der dort verantwortlichen Abgeordneten, die entsprechenden Sachverhalte den Ermittlungsbehörden zur Kenntnis zu geben und zugänglich zu machen. Das ist Erfolg durch das Schreiben des Ausschussvorsitzenden. Dass entsprechende Ermittlungen geprüft werden, das zeichnet sich durch die Äußerungen des GbA letztendlich ab. Das unterstützen wir seitens der Hessischen Landesregierung in vollem Umfang, wie wir den Untersuchungsausschuss auch bislang und von Anfang an vollumfänglich und umfassend in seiner Arbeit unterstützt haben. Sollte der Generalbundesanwalt über die vom Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellten Protokolle und Unterlagen hinaus weiteren Bedarf an Akten haben, wird eine solche Anforderung vonseiten des Innenressorts durch rechtskonforme, zügige und vollständige Vorlage der Akten beantwortet. Das ist selbstverständlich und gehört zu unserer täglichen Aufgabenwahrnehmung bei den Sicherheitsbehörden und im Innenministerium. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. – Als Nächster hat Herr Kollege Rudolph das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Bellino, nur damit das auch im Protokoll des Hessischen Landtags wahrheitsgemäß steht, haben wir bei den Vernehmungen in der Tat zwei Pressemitteilungen herausgegeben – ich bin noch nicht fertig – zwei Pressemitteilungen nach der Vernahme von Zeugen, was üblich ist, und haben dann eine weitere Presseerklärung auf Ihre herausgegeben. Sie sind der Verursacher, und deswegen wollen wir das an der Stelle klarstellen, damit das auch einmal deutlich wird. Zweitens. Wir haben morgen eine Sitzung des Untersuchungsausschusses. Ich kündige jetzt schon an, dass wir einen Beweisantrag einbringen werden. Das ist dann die Adresse der Hessischen Landesregierung, die übrigens Teil des Untersuchungsauftrags ist, ob es ein Versagen auch hessischer Behörden gab. Deswegen ist es sicherlich klug, wenn eine Landesregierung sich zunächst einmal zurückhält und abwartet, was der Untersuchungsausschuss am Schluss möglicherweise feststellt. Ich habe gesagt, was in allen anderen Landtagen und im Deutschen Bundestag einvernehmlich von links bis allen anderen Parteien möglich war. Warum soll das in Hessen nicht sein, wenn das alles heute Morgen keine Lippenkenntnisse waren? Wir meinen das ausdrücklich ernst. Wir haben viel Kraft und Zeit investiert, und wir müssen jetzt auch daran gemeinsam arbeiten. Das gilt an alle Fraktionen, aber ich habe auch die Redner so verstanden. Wir werden einen Beweisantrag einbringen, in dem wir die Landesregierung auffordern, darzulegen, inwieweit eine Rekonstruktion möglich ist, der Akte Götz. Da wollen wir noch Aufklärung haben, weil das möglich sein muss, so wie das bei anderen Behörden auch der Fall war. Da werfen sich eine Menge Fragen auf. Die Zeugin kann, Herr Hahn hat es angedeutet, wir wissen es nicht, aber es kann eine Schlüsselfigur sein. Manchmal ist es wie im richtigen Leben, durch möglicherweise einen Zufallstreffer. Ich könnte auch sagen, warum hat man die Zeugin Götz nicht früher anderweitig vernommen. Ich finde es auch wichtig, die Skizze, die man in der Wohnung der Rechtsterroristen zu dem Tatort Kassel gefunden hat. Wer hat die angefertigt? Gibt es Schriftproben? War das Frau Götz? War das Herr Temme? Waren das andere? Das ist nicht Aufgabe von uns. Aber die Ermittlungsbehörden sind jetzt am Zuge. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig. Deswegen ist die Debatte heute notwendig. Wir erwarten, dass das auch konsequent umgesetzt wird. Deswegen muss über den Antrag heute entschieden werden. Wir dürfen nicht weitere Zeit verlieren. Es besteht Handlungsbedarf. Ich will am Schluss noch sagen, was wir natürlich auch erwarten, dass uns jetzt alle Akten dem Ausschuss die hessischen – das ist naturgemäß einfacher – Koordinierung mit anderen Behörden aus anderen Ländern ist schwieriger, aber wir haben eine Vollständigkeitserklärung von vor etwa einem Jahr vorliegen. Das heißt dann auch für uns, dass die hessischen Akten vorliegen müssen, wenn wir zu einer abschließenden Bewertung im Untersuchungsausschuss kommen sollen. Also nehmen wir das heute als einen Neubeginn der Arbeit im Untersuchungsausschuss. Da gilt dann der Satz an Ihren Worten, wollen wir dann auch alle messen. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Schaus für die LINKEN. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will daran erinnern, dass wir am 12. März dieses Jahres meine Fraktion Strafanzeige gegen Herrn Andreas Temme erstattet haben, wegen Falschaussage vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss. Nun geht es mir nicht darum, das herauszustellen, sondern die Tatsache herauszustellen, dass erst nach akribischer Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses ein Dokument zutage gefördert wurde, das sowohl dem Bundestagsuntersuchungsausschuss als auch dem Hessischen Untersuchungsausschuss vonseiten des Landesamts für Verfassungsschutz und der Landesregierung vorenthalten wurde, jahrelang vorenthalten wurde. Das ist der Punkt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD – Meiner Ansicht nach besteht hier möglicherweise eine Verbindung im Handeln oder eine Verbindung im Geiste zu dem, wie die Staatskanzlei uns mitgeteilt hat, am 01.09.2009 geschredderten Akten der Corinna Götz. Auch diese werden uns ja vorenthalten. Deshalb ist es für den NSU-Untersuchungsausschuss auch so schwierig, und es hat lange gedauert, bis es überhaupt möglich war, eine Zeugeneinvernahme vorzunehmen. Deshalb unterstützen wir selbstverständlich die Initiative, die die SPD angekündigt hat, genauso wie die Akten von Corelli und anderen – und Corelli ist auf mysteriöse Art und Weise verstorben, sage ich einmal. Auch das gehört sozusagen in den NSU-Komplex hinein. Wir unterstützen diese Initiative, die Akten des Landesamts für Verfassungsschutz über Corinna Götz zu rekonstruieren und mithilfe des Bundesamts für Verfassungsschutz und mithilfe der anderen Landesämter – dort wurden ja immer Informationen ausgetauscht – zu rekonstruieren. Diese Aufgabe muss sich das Landesamt für Verfassungsschutz stellen. Herr Minister, dass Sie zu meiner Aufforderung, warum die Akten geschreddert wurden, im Jahr 2009 keinen einzigen Satz verloren haben, spricht meiner Ansicht nach für sich und für Sie. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bellino für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rudolph, jawohl, wir sind uns einig, wir werden uns mit der zukünftigen Zeugin Sonja X befassen, und wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass dieser Ausschuss, wenn er sachlich arbeitet, sich in der Tat an dem Einsetzungsbeschluss konzentriert und sich sachlich mit den Dingen auseinandersetzt. Deshalb werden wir – das hatten wir auch vereinbart – einen entsprechenden Beschluss schon fassen. Es macht keinen Sinn, unsere Anträge in den Rechtsausschuss oder wo auch immer hin zu überweisen, sondern wir müssen das heute beschließen, damit wir morgen – wir haben uns bereits im Ausschuss für morgen verabredet – entsprechend arbeiten können. Herr Kollege Rudolph, ich nehme gerne zur Kenntnis, dass ich der Verursacher für die ein oder andere Pressemitteilung der SPD bin. Ich freue mich aber noch mehr darüber, dass ich der Verursacher dafür bin, dass wir in der Tat mit dem Vernahmen von der Zeugin Görz Dinge erfahren haben, mit denen man zunächst nicht rechnen konnte, und dass wir jetzt durch weitere Zeugenbefragungen herausfinden können, ob es dort noch etwas zu ermitteln gibt. Wir machen dort in dieser sachbezogenen Arbeit weiter, wie wir das bisher gemacht haben. Wenn der Kollege Schaus bedauert, dass wir mit ihm keine gemeinsamen Anträge machen, es wurde Ihnen in diesem Parlament nicht von unserer Fraktion, sondern von einer anderen vorgehalten, dass Sie zumindest in Teilen von den LINKEN nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Das bleibt dabei, und da machen wir als CDU keine gemeinsamen Anträge. Ob Sie bei den Diäten mitbestimmen oder nicht, wissen Sie, Frau Kollegin Wiesler. Das ist mir so egal, als ob in China ein Zerkreisumfeld oder in Holland ein Fahrradschlauch platzt. Das ist die Antwort auf die unsachlichen Aussagen Ihres Kollegen Schaus. Wenn Herr Kollege Schaus sagt, wir als CDU hätten kein Interesse an der Aufklärung, dann weiß ich das in aller Entschiedenheit für meine Fraktion und für die Damen und Herren, die für uns in diesem Ausschuss sind, zurück. Ich darf daran erinnern, dass wir gemeinsam mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die den Einsetzungsbeschluss so formuliert haben, dass man mit ihm arbeiten kann, dass wir die Idee hatten, einen Beauftragten zu installieren, der uns hilft, das Universum von Akten in der ganzen Bundesrepublik Deutschland zu sichten, damit wir endlich vernünftig arbeiten können. Dass wir es waren, die das sogenannte Wiespartner-Verfahren entwickelt haben, ein Verfahren, das uns als Abgeordnete ermöglicht, in die Akten derart einzusteigen, dass wir sogar mehr sehen können als Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz. Das Wiespartner-Verfahren geht über das hochgelobte Treptow-Verfahren in Berlin hinaus. Wir sind in diesem Ausschuss transparenter als sonst irgendein Untersuchungsausschuss in dieser Bundesrepublik Deutschland. Das war oder ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir, Herr Kollege Schaus, haben sogar zugelassen, dass Sie in Ihrer Fraktion sogar doppeltes Rederecht bekommen, während sich alle anderen Fraktionen an den Proporz halten dürfen. Herr Kollege Schaus, das hat keinen Sinn. Aber ich habe gar kein Interesse daran, Sie zu überzeugen, dass das hoffnungslos ist. Das weiß ich. Aber wissen Sie, es gibt auch eine Chronistenpflicht. Da diese Rede entsprechend stenografiert wird, ist es wichtig, dass derjenige, der sich wirklich sachlich mit dem NSU-Untersuchungsausschuss befassen will, weiß, wer hier tatsächlich diesen Untersuchungsausschuss zum Laufen gebracht hat und wer sachlich mitarbeitet. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 57 und 72 beendet. Die Antragstellende Fraktion hat den Tagesordnungspunkt 57 aus Drucksache 19 zurückgezogen. Ich habe der Diskussion entnommen, dass wir über den Dringlichen Antrag direkt abstimmen. Also rufe ich auf die Abstimmung Nr. 5300 aus Drucksache 19. Wer dem Antrag zustimmt, bittet das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen im Haus. Gegenstimmen? – Enthaltungen bei Enthaltung der Abg. Öztürk.